...dann das auch die Redenwelt normaler Rieser ist. Wenn man sich bewegt, man so genannt den Streif, dann kann man super verbringend, die Löcher landen unter den Zeichen. Man kann sich die nächste Rieser gestohlen, die Teil der Feier ist, die man auf eine Karte in den Zeichen beiget hat. Okay, fertig. Musik 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 Musik